Bisher haben wir nur Programme geschrieben, die Informationen über die Tastatur einlesen, diese Daten verarbeiten und gegebenenfalls in der Konsole ein Ergebnis der Verarbeitung ausgeben. Ohne Frage, damit kann man schon viel machen. Noch mehr könnten wir aber erreichen, wenn wir die Möglichkeit hätten, Daten oder Informationen aus Dateien einzulesen oder die Ergebnisse des Programms in Dateien zu speichern. Denn dann müssten die Eingangsdaten der Algorithmen nicht immer aufwendig über die Tastatur eingegeben werden und die Ergebnisse würden auch noch nach Programmende zur Verfügung stehen. Darum geht es also in diesem Video. Alle Funktionen, die wir für die Dateibearbeitung brauchen, haben wir schon über die Bibliothek Standard.io hier eingebunden. Hierin sind also Datentypen und Funktionen für den lesenden und schreibenden Zugriff auf Dateien enthalten und einige davon schauen wir uns jetzt der Reihe nach an. Wir starten einmal damit, wie man eine Datei zum Lesen öffnet. Damit wir hier überhaupt etwas zum Lesen haben, habe ich eine Textdatei im Verzeichnis D erstellt, die ich Readme genannt habe. Und diese Datei könnte auch an jedem anderen Ort dieser verzeichneten Struktur liegen. Aber für die Programmierung ist es gleich wichtig, dass man den genauen Pfad zu der Datei kennt. Und der Übersichtlichkeit halber habe ich mich hier eben für einen möglichst kurzen Pfad entschieden. So, diese Datei ist mit einem Fülltext gefüllt. Dieser Fülltext macht zwar keinen Sinn, sieht aber gut aus. So, jetzt wollen wir also ein Programm schreiben, das diese Datei öffnet und den Inhalt in der Konsole wieder ausgibt, um den lesenden Zugriff auf die Datei zu zeigen. Der Zugriff auf Dateien erfolgt in C über einen Pointer vom Datentyp File. File ist also ein neuer Datentyp, der in der Header-Datei Standard.io definiert ist. Und wir deklarieren also zunächst einmal einen Pointer von diesem Typen und weisen diesem den Wert Null zu. Zum Öffnen einer Datei gibt es den Befehl fopen oder fopen-s. Die Funktion bekommt als Parameter die Adresse des File-Pointers, den Dateinamen inklusive Pfad und einen Spezifizierer, der angebt, wie man auf die Datei zugreifen möchte. Das R steht hier also für Read, das heißt also lesend. Wenn wir diese Datei so öffnen, können wir den Inhalt nur lesen, aber man kann nichts am Inhalt der Datei verändern. Aus verschiedenen Gründen kann es sein, dass die Datei nicht geöffnet werden kann, zum Beispiel weil sie nicht existiert oder weil sie schon geöffnet ist. Bevor man also auf den Inhalt der Datei zugreift, muss man prüfen, ob die Datei auch wirklich geöffnet wurde. So, und dazu vergleicht man den Wert des Pointers mit dem Null-Pointer. Denn wenn die Funktion fopen die Datei nicht öffnen konnte, ist der Wert des File-Pointers Null, andernfalls steht da eben die Adresse der Datei drin. Wenn aber die Datei erfolgreich geöffnet wurde, dann kann man auch auf den Inhalt zugreifen. So, dieses Auslesen passiert typischerweise zeichenweise. Dazu deklarieren wir also zunächst einmal eine Variable vom Typ Character. So, diese Variable nenne ich cInput. Und um ein Zeichen aus der Datei auszulesen, kann man die Funktion fgetc verwenden. So, um zu verstehen, wie diese Funktion fgetc funktioniert, schauen wir uns einmal den Inhalt unserer Beispieldatei an. Nach dem erfolgreichen Öffnen steht der Pointer f-access auf dem ersten Zeichen, hier also dem großen L. Und mit fgetc wird dann dieser Buchstabe eingelesen und in der Variable cInput gespeichert. Und nach dem Einlesen dieses Zeichens wird der Pointer automatisch auf das nächste Zeichen gesetzt, also auf das O. Und das eingelesene Zeichen kann man dann zum Beispiel mit der Funktion putCharacter in der Konsole ausgeben. Das hätte man prinzipiell auch mit printf machen können, aber putChar, also putCharacter, ist hier für die Ausgabe eines Characters die einfachere Lösung. Dieses Lesen von Zeichen aus der Datei und Ausgabe in der Konsole macht man dann eben so lange, wie das Ende der Datei noch nicht erreicht wurde. Das heißt, das Auslesen kann man also in einer Wildschleife verpacken. Für die Bedingung der Wildschleife kann man die Funktion f-endof-file oder f-eof verwenden, die eine 0 ausgibt, solange das Ende der Datei noch nicht erreicht wurde. Und wenn der Pointer auf das Ende der Datei zeigt, dann gibt diese Funktion einen Wert ungleich 0 zurück, sodass das Auslesen dann also abgebrochen wird. Wenn man also den kompletten Inhalt der Datei eingelesen hat, kann man die Datei danach auch wieder schließen. Und dazu gibt es die Funktion f-close. So, in der Konsole sehen wir jetzt hier also den Inhalt dieser Beispieldatei und woran wir also auch sehen, dass das Auslesen geklappt hat. Hätte ich mich hier oben bei dem Dateinamen vertippt und dann eine Datei angegeben, die gar nicht existiert, dann wäre das Öffnen der Datei fehlgeschlagen. Hier die Datei readme2.txt gibt es also nicht und das wird auch als Fehlermeldung in der Konsole dann ausgegeben. Nun schauen wir uns an, wie wir den Inhalt unserer Beispieldatei readme.txt erweitern können. Und dazu lesen wir nun gleich eine Benutzereingabe ein und fügen diese als Kommentar an das Ende der Datei an. Dazu müssen wir jetzt im ersten Teil unseres Programms hier, wo wir die Datei öffnen, den Spezifizierer von R auf A ändern. Da wir ja nun etwas an der Datei verändern möchten, genügt ein lesender Zugriff nicht mehr und das A steht hier für append, also englisch für anfügen. So, diesen zweiten Teil, in dem wir bisher das Lesen der Datei gemacht haben, den ersetzen wir nun durch den Code, in dem wir die Benutzereingabe abfragen und diese an die Datei anfügen. Dazu legen wir uns zunächst ein Character Array mit der Länge 100 an und bitten den Benutzer eine Eingabe zu machen. Und diese Eingabe lesen wir mit der Funktion get s unter Strich s ein. Diese Funktion liest die Eingabe bis zu einem Zeilenumbruch ein. Zur Info scanf unter Strich s kann man hier nicht verwenden, wenn man davon ausgeht, dass die Benutzereingabe auch Leerzeichen enthält. Denn scanf liest die Eingabe eben nicht bis zum Zeilenumbruch, sondern immer nur bis zum Leerzeichen ein. So, die Eingabe steht dann also in dem String comment und diese schreiben wir nun in die Datei mit der Funktion fprintf. Das Schreiben in die Datei funktioniert also genauso einfach wie das Schreiben in die Konsole. Die Funktion heißt hier nur fprintf, also mit einem vorangestellten f, wie dafür File. Und darin muss man als erstes Argument den Pointer auf die Datei angeben. Wichtig ist jetzt zu wissen, dass wenn man die Datei mit einem Spezifizierer A öffnet, der Pointer auf das Ende der Datei zeigt und nicht wie beim Spezifizierer R, den wir zuvor verwendet haben, auf den Anfang der Datei. Das heißt also, wenn der Pointer auf das Ende der Datei zeigt und man diesen Pointer an fprintf übergibt, dass der hier angegebene String comment eben an das Ende der Datei angefügt wird, wobei hier sogar noch zuvor ein Zeilenumbruch über das Backslash N erfolgt. Bevor ich das Programm also starten lasse, ändere ich noch den Dateinamen auf readme.text wieder zurück. So, und hier gebe ich jetzt also meinen Kommentar ein. Und um zu sehen, dass unser Programm diesen Kommentar tatsächlich an die Datei angefügt hat, öffne ich diese jetzt mit dem Texteditor. Und hier sehen wir also, dass das Anfügen tatsächlich geklappt hat. Wir haben also bis jetzt gesehen, wie man eine Datei öffnet, um den Inhalt zu lesen oder um an das Ende einer Datei weiteren Inhalt anzufügen. Jetzt schauen wir uns an, wie man eine Datei erstellt. Tatsächlich steckt das Erstellen sogar schon in diesem Code drin, weil das in der Funktion fopen-s passiert. Wenn man eine Datei mit dem Spezifizierer a öffnet, diese Datei aber noch gar nicht existiert, dann wird dieser neu erstellt und anschließend kann man dann in die noch leere Datei schreiben. Um das zu demonstrieren, ändere ich hier einfach mal den Namen der Datei, an die wir etwas anhängen möchten. Und nun starte ich wieder das Programm. Das ist also der Satz hier, den ich an die Datei angefügt habe. Und im Explorer sehen wir jetzt, dass die Datei mit dem Namen readme-neu-text erstellt wurde und der Inhalt ist die Eingabe aus der Konsole. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, eine Datei zu erstellen. Und um das zu zeigen, verändere ich das Beispiel hier so, dass der Benutzer gebeten wird, einen Namen einer neuen Textdatei einzugeben und anschließend soll diese erstellt werden. So, die Zeilen 8 bis 10 hier sollten eigentlich klar sein. Es geht ja nur um die Ausgabe an den Benutzer und das Einlesen des Namens. Mit stringcat unter Strich S füge ich dann noch an den Namen die Dateiendung an. Das ist hier also eine txt für eine Textdatei. Damit ich natürlich diese Funktion stringcat verwenden kann, muss ich zunächst einmal die Bibliothek string h hier oben einbinden. So, und das Erstellen der Datei funktioniert dann wieder mit der Funktion fopen unter Strich S, wobei hier wieder der Dateipointer, der Name der Datei und als Spezifizierer das W für write angegeben wird. Wie zuvor muss man auch immer prüfen, ob die Datei auch wirklich erstellt wurde, indem man den Wert des Filepointers dann mit dem Nullpointer vergleicht. Und wenn es hier keine Probleme gibt, dann wird diese Datei wieder geschlossen. Im Explorer sehen wir jetzt, dass die Datei erstellt wurde, allerdings nicht mehr im Verzeichnis D, sondern im gleichen Verzeichnis, in dem auch das Programm liegt. Das zeigt also, dass man einen Pfad zu einer Datei nicht immer absolut angeben muss, so wie wir das zu Beginn hier immer gemacht haben, sondern dass man den Pfad auch relativ zum Verzeichnis des Programms angeben kann. In diese Datei füge ich jetzt einen Satz ein und dann schließe ich die Datei wieder. Und um jetzt eine ganz wichtige Eigenschaft der Funktion fopen unter Strich S mit dem Spezifizierer W für write zu zeigen, führe ich jetzt das Programm ein zweites Mal aus und gebe hier denselben Dateinamen an wie zuvor. Im Explorer finden wir diese Datei natürlich wieder, aber wenn wir diese öffnen, sehen wir jetzt, dass diese ohne Inhalt ist. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich vorher nicht vernünftig gespeichert hätte, sondern mit dem Spezifizierer W wird immer eine neue Datei erstellt. Und wenn es die angegebene Datei schon gibt, dann wird diese einfach mit einer neuen, leeren Datei mit demselben Namen überschrieben und alle Inhalte der bestehenden Datei werden gelöscht. Darauf muss man also wirklich bei der Verwendung von fopen unter Strich S aufpassen, um nicht versehentlich wichtige Dateien zu löschen beziehungsweise diese durch neue, leere Dateien zu ersetzen. So, ich habe also den Satz nochmal in der Datei hinzugefügt und diese Datei gespeichert und geschlossen. Wenn man nämlich unter keinen Umständen eine bestehende Datei überschreiben möchte, kann man den Spezifizierer W hier noch um ein X ergänzen. Wenn wir jetzt dieses Programm ein drittes Mal ausführen, sehen wir nun aber, dass die Datei nicht geöffnet werden konnte, da sie schon existiert. Es tritt also ein Fehler beim Öffnen auf und das Programm wird beendet. Und die Funktion test123.txt ist natürlich nicht überschrieben worden und der Inhalt ist erhalten geblieben. So, weil also diese Spezifizierer in der Funktion fopen unter Strich S das Verhalten dieser Funktion sehr entscheidend beeinflussen, schauen wir uns diese nochmal in einer zusammenfassenden Tabelle an. R liefert also einen lesenden Zugriff auf die Datei, wobei der Dateipointer auf den Anfang der Datei gesetzt wird und wenn es die Datei nicht gibt, wird ein Fehler ausgegeben. Bei A wird die Datei mit schreibendem Zugriff geöffnet und der Dateipointer wird auf das Ende der Datei gesetzt. Gibt es die Datei noch nicht, wird diese erstellt. Eine Datei wird auch mit W erstellt, allerdings ist der Spezifizierer W ziemlich rigoros und löscht gegebenenfalls eine bestehende Datei mit gleichem Namen. So, die Spezifizierer gibt es auch noch im sogenannten Update-Modus, wobei dem jeweiligen Buchstaben einfach ein Plus angestellt wird. Und in diesem Modus ist der Zugriff immer lesend und auch schreibend. So, und wenn man zwar neue Dateien erstellen möchte, aber keinesfalls alte Dateien überschreiben möchte, dann kann man den Spezifizierer W noch um ein X ergänzen. Jetzt haben wir also auch gesehen, wie man eine Datei erstellt. Bleiben dann also noch als wesentliche Datei-Operation das Löschen, das Umbenennen und das Verschieben von Dateien übrig. Zum Löschen einer Datei gibt es die Funktion Remove, an die man einfach nur den Dateinamen der Datei übergibt, die man löschen möchte. In diesem Programm gebe ich die zu löschende Datei fest vor und bitte den Benutzer einfach darum, das Löschen mit Enter zu bestätigen. Jede andere Eingabe als Enter führt zum Abbruch des Löschens. Das Löschen wird also mit der Funktion Remove durchgeführt und wenn das erfolgreich war, gibt die Funktion eine 0 zurück, andernfalls einen Wert ungleich 0. Diese Rückgabe speichere ich hier in der Variablen Delete Error, die ich dann nochmal auswerte, um den Benutzer darüber zu informieren, ob beim Löschen alles glatt ging oder ob ein Fehler aufgetreten ist. Hier habe ich jetzt einmal das Programm gestartet und parallel dazu sehen wir den Explorer. Wenn ich jetzt Enter drücke, sieht man kurz darauf, dass die Datei readme.text aus dem Verzeichnis D verschwindet. Für das Umbenennen einer Datei gibt es die Funktion Rename. In diesem Programm hier soll die Datei readme im Verzeichnis D umbenannt werden und dazu bitte ich den Benutzer einen neuen Namen einzugeben. Der Funktion Rename übergibt man dann einfach den alten und den neuen Namen der Datei und wenn das Umbenennen erfolgreich war, gibt die Funktion, genauso wie schon Remove, eine 0 zurück und im Fehlerfall einen Wert ungleich 0. Hier habe ich jetzt also wieder das Programm gestartet und parallel dazu zeige ich den Dateiexplorer, in dem also die Datei readme.txt zu sehen ist. Bei der Eingabe des neuen Dateinamens muss man nun darauf achten, dass der Dateiname den gesamten Pfad beinhaltet. Ich möchte die Datei readme jetzt also umbenennen in test.txt. Nachdem ich das bestätigt habe, gibt mir das Programm in der Konsole aus, dass das Umbenennen erfolgreich war und im Explorer sehen wir nun auch, dass die Datei in test.txt umbenannt wurde. Und wenn wir diese Datei öffnen, können wir uns auch vergewissern, dass der Inhalt der Datei beim Umbenennen unverändert geblieben ist. So, das Verschieben einer Datei funktioniert nun auf genau dieselbe Weise, denn Verschieben heißt eigentlich nichts anderes, als dass die Datei einen neuen Namen bekommt, wobei der Verzeichnisteil des Namens eben verändert wird. Und das demonstriere ich jetzt hier noch einmal an dem Beispiel mit der Datei readme.txt. Hier habe ich jetzt also das Programm gestartet und parallel dazu zeige ich die beiden Verzeichnisse, einmal das Verzeichnis D und einmal den Ordner Informatik im Verzeichnis D. So, um jetzt die Datei readme.txt in den Ordner Informatik zu verschieben, benenne ich die Datei wie folgt um. Das Umbenennen war also erfolgreich und unten in den beiden Fenstern vom Explorer sieht man jetzt also, dass im Verzeichnis D keine Datei readme.txt mehr vorhanden ist. Die erscheint jetzt allerdings im rechten Fenster, nämlich im Ordner Informatik. Die Datei Die Datei Vielen Dank.